Hi und herzlich Willkommen zurück bei LATRIX. So, ich bin Lars und wollte erstmal ein paar kleine Ansagen machen, auch ein paar schlechte. Nenne ich zum Beispiel, dass bei der Minecraft Season 3 zwei bis drei Folgen, Folgen 36, 37, 38 glaube ich, ersetzt werden. Also die werden nicht hochgeladen da. Fraps da, so scheiße machen meine behinderte... Oh mein Gott, meine Stimme nicht aufgenommen hat. Und ja, die Folgen wird es dann halt nicht geben. Dann nochmal ein paar gute Ansagen. So, Battlefield 3 werde ich demnächst lesen. Ich und Arvid, wir spielen immer gleich einen Account, sagen wir mal so. Also, ich geh mal zu Arvid, mach bei Arvid eine Aufnahme oder so. Vor allem, ich es mir jetzt nicht kaufen möchte. So, aber ich und Arvid werden zusammen. Zusammen, ja, das haben wir nämlich beide. Call of Duty Black Ops, let's playen. Auf jeden Fall, Arvid ist natürlich so ein scheiß Gamer. Ich nicht. Ja, ein Landwirtschaftssimulator wird let's playt von Christian und Michi. Arvid ist langweilig. Monster Hunter Try mit mir, Marcel und Michi. Natürlich. Und vielleicht ein Gast da, nämlich Phaser Taser. Fifa 12 werde ich let's playen. Ich weiß, das ist verälter, aber das habe ich noch irgendwie bei Origin und das kann man ja auch mal let's playen, ne? Ja. Und noch eine andere Ansage. Ich glaube, es wird die Minecraft Season 4 gestartet. Am 10.07.2012 kamen die ersten Folgen. Den Trailer gibt's ab dem 7. oder 8., ich weiß gar nicht mehr genau, um 15 Uhr. Auf jeden Fall. Ist auch scheißegal. Das wollte ich nur nochmal ansagen. Und ja, danke fürs Zuhören. Tschüss. Euer LateFacts. Und liked dieses Video und alle unsere Videos. Kommentiert es und abonniert uns. Ciao. 10. 10. 15. 21.